Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. FMS. Seagate beschwört die Zusammenarbeit von Festplatten und SSDs. Seagate. Die synergetische Beziehung zwischen Festplatten und SSDs. In der sich schnell entwickelnden Welt der Speichertechnologien hat Seagate, ein führendes Unternehmen im Bereich der Datenspeicherung, die Notwendigkeit betont, dass sowohl Festplatten als auch Solid-State-Laufwerke, SSDs, in einer harmonischen Partnerschaft arbeiten. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines Marktes, der zunehmend nach effizienteren und leistungsstärkeren Lösungen verlangt. Seagate erläuterte, dass die Kombination von traditionellen Festplatten mit der neueren SSD-Technologie eine ideale Lösung für viele Unternehmen und Nutzer darstellt. Laut Unternehmensvertretern kann die Kombination der beiden Technologien eine optimale Balance zwischen Kapazität, Geschwindigkeit und Kosten schaffen. Die Aussage wurde während eines kürzlichen Branchen-Events gemacht, wo Experten die zukünftigen Entwicklungen dieser Speichertechnologien diskutierten. In diesem Zusammenhang hob Seagate hervor, dass Festplatten mit hohen Speicherkapazitäten nach wie vor einen wichtigen Platz in der Datenspeicherung haben, vor allem in Bereichen wie der Cloud und Big Data. Während SSDs in Bezug auf Geschwindigkeiten und Zugriffszeiten überlegen sind, dominieren Festplatten weiterhin den Markt, wenn es um die Speicherung großer Datenmengen zu einem vernünftigen Preis geht. Zusätzlich wurde angekündigt, dass die Entwicklung neuer Hybridlösungen im Speicherbereich, wie zum Beispiel SSHDs, Solid-State Hybrid Drives, vorangetrieben wird. Diese kombinierten Lösungen ermöglichen es Nutzern, die Vorteile beider Technologien zu nutzen. Seagate gab bekannt, dass diese Hybriden-Systeme eine schrittweise Steigerung der Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten bieten und gleichzeitig die Kosten pro Gigabyte vergleichbar bleiben. Die Vertreter von Seagate wiesen darauf hin, dass man auch die Sicherheitsaspekte bei der Speicherung von Daten nicht außer Acht lassen dürfe. Die Implementierung von SSD-Technologie zusammen mit bewährten Methoden der Datensicherung kann dazu beitragen, das Risiko von Datenverlust zu minimieren. Diese Entwicklungen zeigen, dass das Unternehmen nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Datensicherheit Wert legt. Ein weiterer Punkt, den die Unternehmensvertreter ansprachen, ist die Notwendigkeit, die Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen und die Produkte entsprechend zu entwickeln. Seagate beabsichtigt, weiterhin eng mit seinen Partnern in der Branche zusammenzuarbeiten, um innovative Speicherlösungen zu liefern, die den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht werden. Seagate stellte fest, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Entwicklern entscheidend für den Fortschritt in der Speichertechnologie ist. Abschließend betonte Seagate die vorteilhaften Synergien zwischen Festplatten und SSDs, die langfristig nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die gesamte Branche von Bedeutung sein werden. Mit einer wachsenden Nachfrage nach Speicherlösungen, die sowohl schnell als auch kosteneffizient sind, blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Dienstag, 6. August 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.